Elbing. Weißt du, wenn ich unseren Fischfang in die Stadt brachte, in unser Elbing, es war immer wieder schön. Ich kann's einfach nicht vergessen. Bei der Speicherinsel kamen wir vorbei. Und dann die Häuser. Hunderte von Jahren standen ihre hübschen Giebelwände. Oben standen die Leute auf den Brücken. Wie viele Bekannte, wo sie jetzt wohl sind. Gott, jeder von ihnen hatte seine Sorgen. Aber man war zu Hause. Man hielt auf gute Nachbarschaft. Ich sehe es noch vor mir, wenn hinter uns die Brücke heruntergeklappt wurde. Das war keine Hetzerei wie heute. Um den Markt habe ich mich weniger gekümmert. Das war die Sache der Frauen. Und da waren alle fleißig hinterher. Ja, in unserem Elbing, da wohnten fleißige und bescheidene Menschen. Die wussten von ihrer Hände Arbeit, was ein Groschen wert war. Und wenn sie ihn ausgaben, steckten sie die Köpfe zusammen und prüften, ob auch alles seinen Wert hatte. Es lag Gottes Segen auf diesem Fleckchen Erde. Der Turm der Nikolai-Kirche sah auf diesen Ameisenhaufen auf uns kleine Menschen herunter. Richtig angekuschelt lagen die Häuser um die Kirche herum. Der Turmschatten, der wanderte wie eine große Sonnenuhr über die Stadt hinweg. Weißt du noch, die enge Gasse? Zwei Meter war sie breit. Wenn man die Arme seitwärts streckte, streifte man rechts und links die Mauern. Quer durch die Altstadt lief sie, hin zum Altersheim. Das schenkte seine Geborgenheit an alle, die nun müde Hände hatten. Es war heimisch und sauber, wie die ganze Stadt. An jedem Haus merkte man, wie der Fleiß Stein um Stein aufgebaut hatte. Elbing hatte für das Hinterland schon Bedeutung. Für manchen ging es ja vom Elbing-Strom aus übers Meer bis nach Übersee. Und das haben dann die Giebel verwandt. Das war damals unser Zuhause. Wir wussten noch nicht, was die Zukunft bringen wird. Aber stolz waren wir auf die Vergangenheit. Im Heimatmuseum konnte man die Zimmer sehen aus den Zeiten unserer Großeltern. Das war alles so, dass man jede Minute zugreifen konnte und wieder benutzen. So sorgsam war man mit allem umgegangen. Witzblank sah es in der Küche aus. Wenn Besuch kam, brauchte man nur das Wasser aus Feuer zu stellen. Der Tisch stand gedenkt. Da saßen wir zusammen und sprachen von der Arbeit, die vor uns lag, und sprachen von den Erinnerungen. Der Ofen in der Ecke hörte zu. An den Wänden hingen die Bilder unserer Eltern und Großeltern. Schichau, der mit seiner Schiffswerf Elbing sogar zu Weltruhen brachte, guckte über seine Stadt, die er so geliebt hatte. Genau wie ich und du und wir alle. Immer wenn wir nach Elbing hineinfuhren. Und wenn es wieder hinausging zum Drausensee. in der Nähe des Menschen ausgerissen. In der Nähe des Menschen in der Nähe des Päsesen. In der Nähe des Päsesen. Dimmst du in der Nähe des Päsesen. wenn manchmal besucher mit kamen staunten sie warum wir wohl in den kanal abbogen und wie wir mit unserem schiff die hügel hinauf klettern wollten wartet für sagten wir ihr werdet schon sehen fuhren weiter da gab es keine großen schiffsanlagen da mussten unsere fäuste herhalten wenn wir mal eine brücke erreichten jeder fischer war sein eigener brücke meister und dann war es so weit dass unser schiff den hügel rauf klettern musste solche anlage die geneigten ebenen wurde sie genannt gab es in ganz europa nirgends mehr und dabei war es so einfach mit dem schlitten auf den das schiff fuhr und deren hochgezogen wurde die erste von den fünf großen treppen hinauf eine einfache glocke mehr brauchten wir nicht dann wusste der maschinist bescheid das rad drehte sich und unser schiff bekam land unter dem kiel wenn der schlitten ist nun aus dem wasser hoch und den hügel aufzog kindern machte es immer spaß diese fahrt mitzumachen besonders wenn uns dann die ausgleichs last entgegen kam der andere schiffsschlitten bis das schiff wieder seinem element entgegen glitt unser elving war schon eine richtige kleine seestadt mit dem oberländischen kanal und dem krafton kanal wenn wir oben waren mit unserem schiff konnten wir über das ganze heimatliche land sehen das jeden tropfen bauern schweiß mit guter ernte belohnt die viehweiden waren unser stolz wie heißt es doch nicht das schwert erobert ein land sondern der pflug und der acker gehorcht nicht dem zepter sondern der schwierigen faust in der fasten auf wenn wir heim gekommen vielleicht hatten wir was aus elving mitgebracht aber sie mussten geduld haben immer wieder ging es bergauf fünf mal da ließen die nachbarn da waren die gehöfte man kannte jeden winkel das war unser zu hause damals ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 Da sind wir mal zu Hause gewesen.